Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr diesmal auch wieder mit dabei seid. Das freut mich wirklich sehr. Weiterhin dürft ihr mir gerne Fallvorschläge an meine E-Mail-Adresse oder auch via Instagram schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen, weil oft sind es ja doch mal wieder Fälle, die ich vielleicht auch gar nicht gekannt habe. Und der heutige Fall, um den es geht, den kannte ich eigentlich auch nicht, aber den habe ich auf eigene Faust sozusagen gefunden, als ich nach Fällen aus Ostwestfalen gegoogelt habe. Und da ist mir der Fall von Dennis Franke ins Auge gestoßen. Es gibt nicht allzu viele Informationen, das sage ich vorab, aber da der Fall nicht allzu bekannt sein dürfte, glaube ich zumindest. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr den Fall gekannt habt. Möchte ich euch diesen Fall trotzdem vorstellen. Und zwar geht es um Dennis Franke, der seit dem 2. Februar 2008 spurlos von einer Party verschwunden ist. Dennis war damals 35 Jahre alt und lebte in Brackel, das liegt im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Dennis machte eine Ausbildung zum Koch, die er auch erfolgreich abgeschlossen hatte. Danach aber hatte er sich acht Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet und diente unter anderem auch im Kosovo-Krieg. Und mit 24 Jahren hatte Dennis dann als Soldat einen schweren Autounfall gehabt, wobei er auch einen Schädel-Hirntrauma erlitten hatte. Und auch soll er durch die Zeit im Krieg als Soldat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben. Und nach dieser Zeit eben und wohl auch dem Unfall ging es Dennis physisch und auch psychisch nicht so gut. Mit der Zeit soll er sich aber wieder aufgerafft haben und lernte den Beruf als Fußpfleger, der ihm wohl auch sehr viel Spaß bereitet hatte. Und kurz vor seinem Verschwinden hatte er auch gerade erst eine neue Stelle im Kreis Höxter bzw. im Raum Höxter angetreten. Und am 2. Februar hatte sich Dennis dann mit einem Freund in dessen Wohnung in Bad Driburg um 20 Uhr verabredet im Jahr 2008. Auch sollen noch andere Bekannte und Freunde von Dennis vor Ort gewesen sein und vermutlich auch von diesem Kumpel, bei dem Dennis gewesen ist. Am Abend wurde dann auch dort noch ein bisschen gefeiert. Das war wohl so eine Art Faschingsfeier, die da veranstaltet wurde. Und wie üblich bei Feierlichkeiten soll natürlich auch Alkohol geflossen sein. Vor allem wohl Schnaps. Und die Stimmung soll relativ gut gewesen sein. Nach Aussagen der Bekannten der Party, die später natürlich auch zu Zeugen werden, soll Dennis auf dem Sofa eingeschlafen sein. Und um 22.30 Uhr habe man ihn dann geweckt oder er ist vielleicht sogar selber wach geworden. Später werden Dennis' Bekannte sagen, dass er sich komisch verhalten habe. Er sei desorientiert gewesen und dann plötzlich aufgesprungen und habe dann die Wohnung seines Kumpels mehr oder weniger fluchtartig verlassen. Dennis' Kumpel und ein Gast der Party sind ihm dann aber nach draußen gefolgt. Denn damals war es richtig, richtig kalt. Es war ein Minusgrade. Es war Eisregen. Und Dennis ist einfach ohne seine Jacke und seinen Schlüssel nach draußen gegangen. Er habe sich aber auch nicht aufhalten lassen und sei dann zu Fuß auf der langen Straße Richtung Bahnhof oder Kurpark gegangen. Also wo er wirklich hin ist, weiß niemand. Ungewöhnlich war auch, dass Dennis' Handy und Portemonnaie zu Hause lagen auf seinem Nachtschrank. Das fand auch sein Vater ein bisschen komisch, weil er das Handy eigentlich immer mitgenommen hätte. Ich denke, das hat man wohl auch 2008 schon so gemacht. Dennis' Auto wurde abgestellt bei der benachbarten Volksbank, die sich ebenfalls auf der langen Straße befindet, eher so im Innenstadtbereich. Das Auto wurde aber nicht mehr bewegt. Dennis' Schlüssel war ja auch in der Wohnung vom Kumpel geblieben. Das hätte dann ja höchstens durch die Personen der Party passieren können. Er hat sich auch seit dem Verschwinden weder bei seiner Familie noch bei seiner Arbeitsstelle gemeldet, die er ja gerade erst neu angetreten hatte, noch bei Freunden oder irgendwem. Er ist also sprichwörtlich wie vom Erdboden verschluckt in diese eiskalte Nacht gegangen und nie mehr gesehen worden sozusagen. Und seine Eltern machen sich natürlich große Sorgen um Dennis bis heute. Kurz nach seinem Verschwinden wurde das Gebiet, wo er auch zuletzt gesehen wurde, mit einem Polizeihubschrauber abgeflogen. Auch suchte man mit Polizeibeamten und Spürhunden nach ihm im März 2008. Mehr wurde darüber allerdings nicht berichtet, über eine mögliche letzte Spur zum Beispiel, wo die Hunde vielleicht angeschlagen haben, aber dann eben stehen geblieben sind irgendwann. Aber da steht nichts drüber in der Presse. Auch Dennis' Vater stellte auf eigene Faust mehrere Suchaktionen mit Freunden auf die Beine. Diese suchten auch den angrenzenden Wald ab. Dort wurde aber auch noch durch die Kripo damals eine größere Suche gestartet. Aber dabei ist auch nichts rausgekommen, keine Spur von Dennis. Die Zeugen bzw. Bekannten des damaligen Abends wurden natürlich auch befragt, ganz klar. Diese sollen sich wohl aber teils unkooperativ verhalten haben. Mit Dennis' Vater sollen die Bekannten von der Party damals den Kontakt auch nicht gesucht haben, sondern eher schon gemieden haben. Sein Vater schließt übrigens einen Suizid oder einen Unfall aus, denn dann hätte man Dennis ja irgendwo finden müssen. Außerdem hat er die Party ohne seine Jacke verlassen bei Eiseskälte und wo wollte er ohne Handy oder Schlüssel hin. Er hat seine eigene Theorie, was an diesem Abend mit seinem Sohn passiert sein könnte. Irgendetwas muss auf der Feier passiert sein. Vielleicht ein Streit, der aus dem Ruder lief und Dennis wurde dabei getötet oder eben in eine Falle gelockt. In einem Interview mit der Neuen Westfälischen aus dem Jahr 2017 beschreibt Dennis' Vater Herbert die Situation mittlerweile als blanken Horror. Er sagte, man hat unseren Sohn getötet und uns gleich mit. Trotz dessen, dass der Fall von Dennis ja nicht ganz so bekannt ist, nehme ich jetzt einfach mal an, habe es aber Hinweise in Richtung einer Tötung von ihm gegeben. Es habe sich damals ein anonymer Anrufer gemeldet, der sagte, dass Dennis aus Eifersucht umgebracht worden ist und in einem Müllcontainer entsorgt wurde. Das sagt der Vater, vielleicht ging der Anruf bei ihm ein oder bei der Kripo, das war nicht so ganz schlüssig aus den Artikeln. Und es habe auch einen konkreten Verdächtigen gegeben. Allerdings habe dieser ein Alibi, was Herbert Franke aber für vorgeschoben glaubt. Er denkt, die Polizei habe da nicht gründlich genug ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat diese Vorwürfe aber zurückgewiesen. Herbert Franke hat aber in den Jahren eben nichts unversucht gelassen, um Neues zu erfahren. Denn klar, als Vater oder als Familie ruht in deinem Kopf dieser Fall ja auch niemals. Man möchte einfach wissen, was passiert ist. Aber auch die Suchaktionen und die Versuche, nochmal die Gäste der Feier zu befragen, brachten ihn leider nicht weiter oder die Familie nicht weiter. Auch bat sein Anwalt um Akteneinsicht. Diese wurde aber Stand 2017 nicht herausgegeben, die Ermittlungsakten, da noch ermittelt werden würde. Das Ganze passt aber nicht zur Aussage der Polizei. Die hat nämlich gesagt, dass dieser Fall abgeschlossen sei. Und die Akten wurden an die Staatsanwaltschaft in Paderborn übergeben. Diese äußerten sich im damaligen Interview so, dass die Akte von Dennis noch nicht geschlossen sei. Es werde durchaus noch hinweisen, nachgegangen. Dennis' Vater, der erinnert sich aber, dass die Akte schon zweimal als in Anführungszeichen typischer Vermisstenfall geschlossen werden sollte. Er wünschte sich, dass der Fall seines Sohnes mal bei Aktenzeichen XY gezeigt werden würde. Wäre ja auch eigentlich mal eine gute Idee. Die Staatsanwaltschaft aber sieht zu wenige Anhaltspunkte für eine Fahndung im Fernsehen. Dennis' Vater hat eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt, für einen eindeutigen Hinweis auf den Verbleib von Dennis. In einem Bericht allerdings gab er an, dass er diese auch auf 10.000 Euro erhöhen wollte. Ob das passiert ist, das weiß ich jetzt nicht, weil es darüber viel zu wenige Berichte gibt. Jetzt kommen wir auch noch mal kurz zu ein paar Daten von Dennis Franke. Er war damals 1,68 groß, also relativ klein für einen Mann, hatte eine sportliche Statur, braune Haare und hat damals beim Verlassen der Wohnung einen weißen Pullover getragen, eine dunkle Jogginghose und hellblaue Sportschuhe. Und großartig mehr Informationen bietet das Internet leider nicht so über den Fall von Dennis. Aber da er nie bei Aktenzeichen XY gezeigt wurde und es da auch nicht gerade viele Presseartikel zu gibt, wollte ich wie gesagt diesen Fall unbedingt mal vorstellen. Ich bin mir auch nicht so sicher, welche Meinung ich zu diesem Fall so wirklich haben will bzw. haben soll. Dass Dennis auf der Party wach wurde und ohne Jacke und Schlüssel so einfach in diese Eiseskälte abgehauen ist, lässt irgendwie einen komischen Beigeschmack übrig, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich denke da an Suizid oder vielleicht ein Verbrechen. Ich denke aber nicht daran, dass Dennis bei dem damaligen Wetter draußen von wildfremden Menschen irgendwie umgebracht wurde. Das halte ich fast für ausgeschlossen. Und sollte es auf der damaligen Party passiert sein, müssten aber vermutlich ja einige Leute bis heute schweigen, also viele Leute, sage ich jetzt mal. Ob das wirklich bis heute so umsetzbar wäre, dass da jeder schweigt bis heute und das niemand mal erzählt hat, ein Mitwisser vielleicht mal was gesagt hat, außer halt diesen Anruf, den es gab, kann ich mir kaum vorstellen. Dass bis heute eben kein Verdacht auf irgendjemand von dieser Party aufgekommen wäre. Oder aber, als die Freunde Dennis nach draußen folgten, ist etwas passiert, was keiner mitbekommen hat, weiß man ja auch nicht. Allerdings kann ich auch nicht sagen, wie viele Menschen damals auf dieser Party gewesen sind. Vielleicht waren es auch gar nicht mehr so viele. Oder später wurde der Kreis immer kleiner, als Dennis noch dort war. Und dann ist was passiert. Auch die angegebene Uhrzeit muss ja nicht der Wahrheit entsprechen, denn das sind ja alles Aussagen der Partygäste von damals. Also da muss man ja auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber mich würde mal sehr eure Meinung zu diesem Fall interessieren, auch wenn es jetzt nicht allzu viele Informationen dazu gibt. Schreibt es also gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und für Dennis' Familie wünsche ich mir, falls sie dieses Video oder diese Folge hören, wünsche ich mir einfach so sehr, dass sich diese Sache noch aufklärt, was mit Dennis passiert ist. Ob er noch lebt und sich abgesetzt hat, obwohl das, glaube ich, niemand so wirklich mehr für möglich hält. Aber dieser Schwebezustand, ich sage das immer wieder in vermissten Fällen, ist wirklich das Schlimmste für Familie und für alle, die Dennis kannten und ihn geliebt haben. Und ich wünsche der Familie wirklich, dass dieser Schwebezustand aufhört und ja, Klarheit in die Sache kommt. Weil diesen Schwebezustand seit 15 Jahren zu haben, muss unerträglich sein. Und ja, ich hoffe, ich kann euch über diesen Fall irgendwann einmal ein Update geben. Und hiermit schließe ich dann auch die heutige Folge und sage bis zum nächsten Mal. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia.